Wie wird der Dezember? Also nach einem sehr turbulenten November und einem sehr spannungsgeladenen astrologischen November starten wir jetzt in den Dezember, sind wir in den Dezember reingestartet und ich schaue jetzt einfach mal vor, was tut sich denn astrologisch, mit was können wir denn rechnen? Wir haben ja große Ereignisse im Dezember. Weihnachten steht vor der Tür, ob du jetzt schon in Stimmung bist oder nicht, wenn man so in die Sterne schaut, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber dann natürlich auch, naja, also der Dezember bietet ja einiges Potenzial und grundsätzlich kann man ja mal sagen, okay, was gibt es denn für Tendenzen? Du wirst wahrscheinlich in den Dezember gestartet sein, wie auch vom November. Du nimmst noch diese wahnsinnig spannende Energie mit, diese Sonne-Mars-Energie im Schützen, dass da viel sich tut, viel Energie da ist, dass vielleicht auch ein bisschen man zu Übertreibungen neigt, aber dass man auch merkt, okay, neue Projekte, neue Gedanken kommen und da geht es eigentlich nur darum, nicht zu übertreiben und nicht alles auf einmal, ja, nicht auf jeder Hochzeit vielleicht auch tanzen zu wollen. Also da merkt man schon eine Energie, eine Durchbruchsenergie natürlich auch. Aber im Schatten ist das natürlich das Überessen, die Übertreibung, das Übermaß, das zu viel, auch zu viel des Guten kann natürlich auch dazu führen. Man passt ja auch zu den Feiertagen, also mit ein paar Jupiter-Sonne-Konstellationen, die wir haben im Dezember, auch aufpassen, einfach mit dem Essen, mit der Mäßigung, das kann sich körperlich natürlich auch umschlagen. Momentan haben wir, wie gesagt, noch so eine gewisse Stressphase mit Sonne-Mars, also da ist immer sehr viel Druck drauf. Auf der anderen Seite, also zu diesem Sonne-Mars, spielt auch die Venus mit, mit einem Halbquadrat und die Venus steht ja gerade in der Waage. Das heißt, dieser Ruf nach Harmonie, nach Sehnsucht, vielleicht auch der Ruf nach Ästhetik, wird ja immer lauter. Also man möchte vielleicht etwas verändern, man möchte, dass etwas hübscher wird, dass etwas schöner wird. Also es ist vielleicht eine ganz gute Zeit, auch im Dezember mal zu sagen, okay, ich werde mal ruhiger, vielleicht putze ich was oder misse etwas aus, mache etwas, male, streiche meine Wohnung, wenn ich die Zeit und Lust dazu habe. Also auch dieser Impuls ist da von der Venus jetzt auf die Sonne hin und auch noch in einem Quadrat zum Mond. Also das ist auch der Ruf nach Harmonie, nach Familie, nach Frieden, aber dadurch, dass das so stark aspektiert ist, auch die Venus sehr im Feuer drinnen ist und plus Mars eben mit der Sonne und den Einwirkungen auf Sonne und Mond, muss man auch sagen, der Dezember wird anstrengend für Beziehungen. Also Beziehungen stehen nach wie vor auf dem Prüfstand und man sollte sich auf jeden Fall beziehungstechnisch auseinandersetzen. Das heißt, wenn es irgendwo Konflikte gibt, da vielleicht schauen zu deeskalieren, nicht gleich jeden Streit mitnehmen, der an der Schwelle liegt und gerade natürlich auch zur Weihnachtszeit ist es wichtig, da sich bewusst zu machen, okay, was ist mir denn jetzt wesentlich? Möchte ich diese Beziehung? Bereichert mich diese Beziehung? Möchte ich eine Person noch in meinem Leben haben oder möchte ich Beziehungen vertiefen? Also das ist durchaus da im Dezember ein Thema und wird auch immer wieder latent so dabei sein. Mit dem Jupiter auf der Sonne und dann teilweise auch auf dem Mond muss man natürlich sagen, das ist was Optimistisches, das ist was Aufmachendes, was Erweiterndes grundsätzlich. Was auch zur Frustration führen kann, ist natürlich Saturn-Mars im Quadrat. Also das kann auf der einen Seite die gesunde Bremse sein, das gesunde, hey, schall jetzt mal runter vom Gas, bleib mal ruhig. Es kann aber auch sein, dass man das Gefühl hat, okay, man läuft vielleicht teilweise gegen Mauern oder man hat noch Pläne, die sich entweder nicht verwirklichen lassen oder noch nicht reif sind, um sich verwirklichen zu lassen. Also da kann es sein, dass da etwas ein bisschen zurückhält, ein bisschen stockt, ein bisschen noch stecken bleibt. Was auch wesentlich ist, wir werden ab 13.12. wird der Merkur rückläufig. Und Merkur rückläufig, das hast du ja sicher schon gehört, Merkur rückläufig heißt praktisch nur aufpassen bei Verträgen, aufpassen bei Einkäufen, bei technischen Sachen. Das kann eben sein, dass man da so Montagsgeräte kauft, wo dann wirklich etwas defekt ist oder was nicht passt. Und natürlich in Bezug auf Weihnachten auch vielleicht einfach prüfen, was kaufe ich denn da, was schenke ich denn da. Also Merkur rückläufig ist oft einmal was, wo man sagt, okay, da verstehe ich etwas falsch, da treffe ich falsche Entscheidungen. Da muss ich einfach bei längerfristigen Verträgen immer aufpassen und schauen, dass da nicht irgendwo ein Gewurschtl rauskommt. Und das ist natürlich auch dann immer eine Zeit, wo man aufpassen sollte, wenn man so Maschinen bedient, natürlich auch, Auto fährt. Also da bitte auch einfach achtsam sein jetzt im Dezember noch dazu, weil wir Neptun Sonne dann auch im Dezember reinkriegen. Und das kann ja heißen, es wird feucht und es bleibt feucht. Es könnte ja auch dann vielleicht mal weiße Weihnachten geben, wäre doch mal schön, auch bis in die niedrigen Lagen rein. Also man merkt ja jetzt schon, es startet recht feucht und wenn das so bleibt, also mit Neptun Sonne, muss man sich dann anschauen, wie es vielleicht auch wettertechnisch wirkt. Und natürlich auch Neptun Sonne ist immer nochmal so dieses, dieses ein bisschen, ja, getäuscht werden, reduziert werden. Also da kann es natürlich dann auch heißen, okay, aufpassen, dass man eben wirklich noch einmal mit dem rückläufigen Merkur zusammen aufpassen bei Verträgen, auf das gescheit prüfen, bevor man irgendwas Neues unterschreibt oder sich irgendetwas kauft. Also da bitte einfach aufpassen. Was wir sonst noch drauf haben, also wir haben ja auch nochmal Pluto Quadrat Venus, das läuft jetzt eben aktuell auch noch einmal. Und das ist noch einmal so das Prüfen wirklich dieser Bindungen und auch das Prüfen von Beziehungen, die Transformation auch nochmal in der Beziehung. Also ich bin davon überzeugt, ich höre es jetzt auch bei meinen Klienten, bei den Beratungen, es ändern sich wahnsinnig viele langfristige Beziehungen. Also die trennen sich entweder oder sie bringen es auf einen neuen Level. Die wollen vielleicht jetzt auch was fix machen, heiraten oder man lernt jemanden kennen und es ist auf einmal was anderes, eine neue Qualität da. Also diese Energie läuft auf jeden Fall auch in den Dezember mit rein und man sollte einfach dann auch schon schauen, also wie gesagt, dieses Beziehungsthema einfach einmal so ganz sensibel wahrnehmen für sich. Wenn du nicht in einer Beziehung bist, vielleicht auch alte Themen noch einmal transformieren, vielleicht fällt dir was ein, was du vergeben oder loslassen möchtest. Da habe ich übrigens am 10. Dezember, kleine Werbung in eigener Sache, einen Workshop dazu in Lenz Live. Also die Kraft der Vergebung kannst du ja mal auf meine Homepage schauen, vielleicht wäre ja der Workshop was für dich. Ja, und sonst bleibt der Dezember grundsätzlich mit dieser Jupiter-Einstrahlung. Es ist natürlich was Optimistisches, kann man auch sagen, okay, es ist viel Kraft da, es kann was viel Neues geschehen. Im Prinzip ist es eben, ich denke, eine sehr schnelle Zeit und du wirst es auch gemerkt haben, dass das Jahr wahnsinnig schnell vergangen ist. Also würde mich auch interessieren, hast du das auch so gespürt, dass das wie ein Wimpernschlag eigentlich vergangen ist. Das ist 2023 und diese Zeitqualität wird immer noch schneller schwingen, höher schwingen und vor allem diese bewusste Auszeit, denke ich, wird immer, immer wichtiger, dass du dich auch bewusst mit dir selber beschäftigst, wird auch immer, immer wichtiger. Gut, wie gesagt, aufpassen, Beziehungsthemen, aufpassen bei, ab Mitte Dezember dann Merkur rückläufig, käufen, diese Geschichten einfach prüfen, mal Wetter beobachten, wie es ausschaut. Und aufpassen, auch wenn man Maschinen bedient, wenn du da ein bisschen bewusster bist und vielleicht versuchen auch dann, wir schauen uns dann Heiligabend natürlich auch noch einmal genauer an, aber auch da eventuell Konfliktpotentialen aus dem Weg gehen. Das denke ich, wäre ganz gut von der astrologischen Seite her. Grundsätzlich wird der November, pardon, der Dezember nicht mehr so frustrierend sein wie der November oder der Oktober. Also es wird schon, es bleibt schnell, aber es wird nicht ganz so, ganz so massiv, ganz so aufgeladen, so aggressiv, so, 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 so richtig grau, also grauslich bitte, so richtig hart und schnell von der Energie. Also da solltest du schon merken, dass was leichter wird und dass was besser wird. Gut, falls es dich interessiert, wie jetzt dein 2024 ausschaut, dann kannst du jetzt zum Aktionspreis bei mir deine Jahresprognose 2024 bestellen, ganz einfach online und du bekommst dann die Prognose von mir zugeschickt als PDF und kannst du es dann lesen. Also wenn dich das interessiert, nutze einfach diese Aktion, Details sind in der Beschreibung zu diesem Video und wie gesagt, Kurs Kraft der Vergebung habe ich schon erwähnt am 10. Dezember bei mir in Linz in der Praxis und da freue ich mich natürlich auch, wenn du dabei bist. Und eine große letzte Ankündigung habe ich, die wird dann demnächst mal bekannt gegeben. Ich werde auch nächstes Jahr auf vielfachen Wunsch Online-Kurse anbieten, das heißt auch Kurse, Workshops, Seminare auf Online-Basis, wo man auch energetisch arbeiten kann, aber auch Astrologie, Wissen vertiefen kann, lernen kann, wo du dich auch mit deinem Horoskop tiefer auseinandersetzt. Und da wird es demnächst Informationen dazu geben, also bleib einfach dran, lese auf meiner Homepage, da werde ich es veröffentlichen und dann natürlich auch hier auf YouTube, sobald es etwas Neues gibt. Ja, das wäre es einfach mal. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Ich wünsche dir einen wundervollen Dezember. Details zu Weihnachten, Neujahr und Co. folgen natürlich in weiteren Videos und natürlich auch zum Neumond und so weiter. Also da gibt es noch genug Astro-Potenzial und Astro-Stoff. Auf jeden Fall haben eine gute Zeit, immer wieder mal Auszeit nehmen, durchschnaufen und es wird jetzt im Dezember auf jeden Fall mal leichter. Auch wenn sehr viel Kraft, sehr viel Potenzial da ist, auch wenn man auf ein paar Sachen aufpassen sollte, aber die Qualität ist grundsätzlich astrologisch sicher leichter als die im November gewesen ist oder im Oktober. Alles Liebe aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017